In der neuen Woche haben wir erst einmal meist ruhiges Hochdruckwetter mit Nebel oder Sonnenschein. Das wird sich aber Richtung Wochenende ändern. Die Sturmtiefs nehmen Kurs auf Deutschland und das bedeutet, es wird ungemütlicher, zeitweise stürmisch und vor allem insgesamt auch nasser. Wir verbleiben aber auch zum Freitag am Rande von diesem kleinen kräftigen Tief hier über der Nordsee in einer westlichen Strömung und das bedeutet, mit den Temperaturen geht es erstmal kaum abwärts. Es bleibt für diese Jahreszeit äußerst mild. Am Dienstag starten wir auch wieder mit einigen Nebelfeldern. Die lichten sich am Vormittag, über der Mitte gibt es den meisten Sonnenschein. Im Nordwesten ist es grauer, aber auch besonders im Süden. Da bilden sich dann am Nachmittag Richtung Schwarzwald und Alpen einzelne Schauer, eventuell auch mit Blitz und Donner. Die meisten kommen aber trocken durch den Tag und die Temperaturen liegen meist bei 12 bis 17 Grad. Lokal sind auch bis zu 18 Grad möglich. Zur Wochenmitte wird es dann sogar im Südwesten ein bisschen wärmer. Da haben wir häufig 18 bis 20 Grad, sonst ändert sich an den Temperaturen nicht wirklich viel. Für Anfang Mitte Oktober ist das weiterhin überdurchschnittlich. Also das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Die Heizung brauchen wir nicht allzu oft. Am Mittwoch haben wir auch wieder einiges an Wolken und auch Nebel. Besonders im Westen tendenziell der meiste Sonnenschein und direkt am Alpenrand sind wieder ein paar wenige Tropfen möglich. Für die meisten bleibt es aber weiterhin sehr trocken. Zum Donnerstag dann im Süden etwas mehr Schauer und einzelne Gewitter. Auch im Norden können ein paar Tropfen aufkommen und auch insgesamt schon nicht mehr allzu viel Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben aber auch ähnlich. Meist haben wir 14 bis 20 Grad im Südwesten. Dann kommen die Sturmtiefs eben näher. Besonders an den Küsten wird man das merken. Schon zum Freitag hier windiger. Da kommt die nächste Regenfront auf uns zu. Ziemlich verbreitet, wolkenreich und wechselhaft bei nur noch 19 Grad. Ähnlich sieht es zum Samstag aus. Da können es eben an den Küsten auch stürmisch werden. Auch der Sonntag insgesamt häufig nass und windig.